hallo und herzlich willkommen beim whisky waiter so ich habe heute einen ganz spannenden whisky auf dem tisch das hoffe ich zumindest also es gibt viel wirbel um diese flasche es gibt für marketing um diese flasche und ob sie das hinterher auch zurück geben kann das schauen wir uns jetzt an ich serviere euch heute den neuen artbag vintage y2k so erstmal das design muss ich sagen ist schon echt schick optisch macht das echt was her gehe ich gleich aber noch mal genauer darauf ein ich schenke erstmal ein dann erzähle ich was zum whisky dann gehe ich auf die verpackung ein so zumindest mal plan hatte ich schon echten brecher so ich habe hier die hier schon abgemacht mehr habe ich noch nicht gemacht die flasche ist noch ungeöffnet aber was mir schon auffällt ist das wirkt wie aus einem 3d drucker ich habe keine ahnung ob das jetzt vernünftig zu ist also es wackelt zumindest ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt ob das fälschung sicher ist keine ahnung also gut mit der kappe obendrauf dann vielleicht spannend er hängt schon im raum ich kann jetzt gar nicht mit dem korken den letzten tropfen abwischen aber das ist ein teil plastik aber schweres plastik so ganz fern bin ich nicht davon also ich weiß nie ob die jetzt richtig zu ist oder nicht da wäre ich mir wenn ich die mal irgendwie nicht gerade stehen habe hätte ich echt ein bisschen schiss so kommen wir zum whisky und dann kommen wir zur verpackung also wir haben den artbag vintage y2k y2k steht dafür hier 2000 also hier zwei k für 2000 und 2000 ist für ich glaube die ganze welt ein sehr spannendes jahr gewesen dass die die jahrtausend wende der des der wechsel ins neue jahrtausend war ja nun mal tatsächlich doch ein größeres thema und das hier sollen die ersten fässer gewesen sein die man im jahr 2000 destilliert hat das ist insoweit spannend als dass 2001 wenn ich das richtig verstanden habe die brennblase getauscht wurden und alles was so jetzt in der core range bei den jüngeren abfüllungen ist ist schon aus den neuen brennblasen und hier haben wir tatsächlich noch was aus den alten brennblasen aber eben schon im neuen jahrtausend also wirklich die ersten fässer die in den 2000er jahren gebrannt wurden sind so viel zur offiziellen darstellung der whisky wurde 2020 hergestellt und 2023 abgefüllt damit ist er 23 jahre alt es steht auch 23 jahre drauf er ist nicht kühl gefiltert es steht drauf ultra rare es steht aber nirgendwo drauf wie rare also nirgendwo drauf wie viele flaschen es davon gegeben hat oder geben wird ein bisschen angst der dicht ist tatsächlich sieht aber so aus abgefüllt ist er mit 46 prozent also in trink stärke wir haben bourbon und oloroso fässer und haben einen recht stolzen preis von uvp 750 euro wow das war auch mein erster eindruck aber aber darf man eigentlich in dem zusammenhang nicht sagen ein whisky der 750 euro kostet das ist wow das ist over the top und das ist natürlich viel zu viel geld und viel zu teuer für eine flasche schnaps okay jetzt gehen wir aber einfach mal von der situation aus dass es menschen gibt die zu viel geld haben das ist nun mal leider auch so es gibt sehr viele menschen die zu viel geld haben und nicht wissen wohin damit und jetzt setzen wir den einfach mal in relation wir haben dann lücke schmeiße ich schon den whisky durch die gegend jetzt sieht das besser aus wir haben einen artbag 25 jahre der knapp vierstellig kostet wir haben artbag single casks die 550 kosten oder sowas oder um die 500 und der hier war zum beispiel zwölf jahre alt und dann haben wir die trehbahn oder trehbahn die 19 jahre alt sind und meine ich so um die 300 euro kosten wenn ich das jetzt in relation setze passt das vom preis der 19 jährige kostet 300 der 25 jährige kostet 1000 oder knapp unter 1000 dann ist der 23 jährige mit 750 euro 250 euro weniger für zwei jahre weniger reifung wir reden hier von high end wir reden hier von menschen die nicht wissen wohin mit ihrem geld das ist für einen normalverdiener für einen durchschnittsverdiener unfassbar viel geld und nicht zu greifen und nicht zu verstehen und das hat auch mit preis leistungsverhältnissen nichts mehr zu tun nicht jetzt mal auf den rest von schottland oder speziell von isla gucke was die whisky so kosten dann liegt ein karl ila 25 inzwischen tatsächlich leider auch bei schon 400 euro lafroix um den dreh sind also bei 25 jahren sind wir auch bei 700 euro plus bomor kenne ich ein 23 jähriger aus dem portweinfass der kostet 500 aber ich kenne auch ein 27 jähriger aus der timeless series wo dann nämlich auch so eine schöne verpackung bei ist der kostet 1400 euro also preislich sind wir eigentlich in dem bereich wo die leider anzusiedeln sind dass die das geschmacklich nicht wiedergeben brauchen uns nicht darüber unterhalten aber das mal zur preislichen einordnung also da finde ich ein zwölfjähriges single cask für 550 euro wesentlich abstruser als einen 23 ring für 57 euro so das wollte ich nun mal erwähnt haben kommen wir zur verpackung also zur flasche habe ich gerade schon gesagt optisch eigentlich ganz schick gemacht hat hier was haptisches also die schrift ist marmoriert hat zwei etiketten bla bla stehen so ein paar infos drauf es könnten ein paar infos mehr draufstehen das blau auf dem schwarz ist vorne gut zu lesen hinten finde ich tatsächlich etwas schwierig mich stört massiv der korken dass das mag ich nicht gefällt mir nicht habe ich angst um meinen echt teuren whisky zur umverpackung ich finde sie super schick das war eigentlich tatsächlich leider muss ich eingestehen der hauptgrund warum ich diese flasche gekauft habe also ich habe die nicht für mich gekauft sondern wir haben daraus in der community eine teilung gemacht so können ganz viele leute mal probieren und ich habe tolle deko für mein regal weil ich wollte ihn unbedingt neben den 25 jährigen stellen der auch nur deko ist das ist metall es ist durch diese maserung haptisch und ich finde es sieht aus wie eine mischung aus lego star wars also da wo man gegen die gegen so aliens in so einem würfel raumschiff gekämpft hat ich komme gar nicht drauf ich bin bei sowas finde ich echt nicht gut auf jeden fall daran erinnert mich da so ein bisschen lego star wars optisch echt schick man kann das ding aufklappen hat hier drin noch mal die farb widerspiegelung und ein kleines zettelchen auf das möchte ich jetzt gleich ganz dringend eingehen deswegen hole ich das mal eben raus ansonsten kam die flasche in einem großen artbag umkarton der noch mal in einem umkarton war also insgesamt war die flasche hervorragend verpackt und im gegensatz zum 25 jährigen habe ich hier unten so stopper dinger die dafür sorgen dass die flasche nicht verrutscht und dir aus versehen aus dem regal fällt alles in allem gut schöne qualität optisch top aber was mir massiv aufgefallen ist als ich die ausgepackt habe die hat extrem nach lack gerochen jetzt steht die flasche schon seit ein paar stunden seit ich sie vom local dealer abgeholt habe außerhalb des kartons aber wenn ich sie aufmache riecht es nach lack und es riecht nach ja so press sparen also wie wenn man möbel zusammenbaut wenn ich bei ikea war und baut gerade ein möbelstück von ikea zusammen so riecht es in der kiste fand ich am anfang echt störend jetzt wie gesagt ist es so langsam verflogen da geht's kommen wir hier drauf ich habe mir zwei drei verkaufsseiten angeguckt was da geschrieben wird und da wurde überall dieses sind die ersten fester aus 2000 bla bla was ich euch eben alles erzählt habe geschrieben aber was hier drauf steht hat irgendwie also korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich habe es zumindest bei keinem gesehen spricht für mich dass ihn keiner ausgepackt hat und mal reingeguckt hat ich habe den artbag newsletter davon nicht nicht gelesen und auf der artbag homepage habe ich die flasche gerade nicht mehr gefunden von daher weiß ich nicht ob artbag es selber an die große glocke gegangen hat aber hier steht folgendes drinnen im jahr 2000 den millennium drohte der millennium back die bedrohte der millennium back die daten der welt der sorgte für breit gestreute panik und man schaute auf den eigenen warenbestand der auch digital abgelegt war auf disketten und antiquierten servern records for every last barrel on site ok dr belamson master distiller sagte es wäre unvermeidbar dass irgendetwas irgendwo passiert und man alles im blick haben kann und genau so ist es passiert eine handvoll fässer wenn ich das richtig verstehe a handful of casks were inexplicably send to a distant warehouse also so wie ich das verstehe wurden ein paar fässer zu einem externen warehouse geschickt dr will edit whiskey can slip through the net from time to time but never quite like this this ultraware vintage matured in obscurity for twenty three years until it was finally recovered also man hat diese fässer in einem externen warehouse tatsächlich vergessen und hat sie dann irgendwann nochmal wieder gefunden und festgestellt oh da sind noch fässer von uns das finde ich eine spannende information wenn ich das richtig interpretiert und richtig übersetzt habe jetzt ist mein englisch zwar in ordnung aber eben nicht fließend und sagt mir bitte wenn ich das falsch übersetzt habe ach guck an zeige ich jetzt gleich noch aber das wäre für mich wirklich was was an diesem whisky besonders ist wenn die fässer extern gelagert wurden weil das würde einfluss auf den whisky nehmen durch die externe lagerung in einem anderen warehouse was dann tatsächlich eine besonderheit wäre so wenn man hier gegen das licht guckt sieht man dass in dem blau überall noch dieses 2000 drin steht ganz viele nullen und zweien sieht aus wie wie nerco ist aber nullen und zweien spannend ja also ein grundsätzlich erstmal spannender whisky mit einer interessanten fast zusammensetzung einer stolzen altersangabe in einer schönen trinkstärke der wahrscheinlich nur viel 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 zu teuer ist aber jetzt schauen wir einfach mal was der whisky kann hui rauch teer sehr viel rauch also so zumindest der erste moment dann kriegt er so eine ter note und so eine so eine ätherische öle note einerseits wirklich dieses ätherische öle wie ich das vielleicht auch von dem weihnachtsmarkt oder so kenne oder von so esoterik messen aber auch so ein bisschen würde ich sagen da könnte auch was medizinisches mit drin sein was mich ein ticken an lafreude die nase gewöhnt sich relativ schnell an den rauch wenn man ein paar minuten daran gerochen hat dann verfliegt er relativ zügig was bleibt sind eben diese öligen noten diese ätherischen öle zitrus aber auch so ein bisschen so tannenzapfen waldboden und ganz leichte süße also diese typische art weg süße ist zwar da aber hält sich noch zurück finde ich alkohol ist hervorragend eingebunden also er ist sehr sehr schön zu verriechen ich finde er ist sehr spannend und für mich bis jetzt mit keinem anderen art back den ich bisher im glas hatte vergleichbar weil er schon ja einzigartig ist also jetzt mal das ganze marketing blabla ausgelassen aber so von der von der aromenfracht die ich jetzt rein von der ersten nase her habe würde ich sagen er ist anders als alles aus der core range und mir fällt zumindest gerade keiner ein den ich damit vergleichen wollen würde die rauchnote die ist noch da aber die ist echt subtil geworden die wabert jetzt halt so mit man hat total zitrus total ätherische öle bisschen wie gesagt auch so nullbinden oder sowas teer und eine leichte süße die hat so ein waldhonig oder sowas sein könnte also nase ist schon wirklich schön wirklich schön das wollte ich gerade verkosten aber jetzt kriege ich noch so ein bisschen angebrannte nüsse also so als wenn ihr eine haselnuss ins kaminfeuer gefallen ist äh walnuss nicht haselnuss zum wohl so ab ab ist der weich und geschmeidig auf der zunge und gleichzeitig kriegt er sobald man ihn runtergeschluckt hat eine richtig schöne würzigkeit er hat unfassbar schönes mundgefühl er hat eine schöne rauchnote ich kriege wieder die ätherischen öle dazu aber auch so ein bisschen kaffee bisschen anis wieder die teernote er wirkt aber und das finde ich spannend und ich glaube dass der ein oder andere ihm das negativ auslegen könnte er hat im geschmack relativ wenig rauch finde ich so im ersten moment vielleicht noch ja aber der geht relativ schnell weg und dadurch hat er nicht diesen typischen langen abgang den artbeck sonst hat weil normalerweise ist halt die rauchnote die die einen whisky also gerade rauchige whiskies eiler whiskies lange im mundraum lässt und lange auf der zunge behalten lässt aber wenn die rauchnote halt durch das wahrscheinlich fortgeschrittene alter eher subtil ist dann ist halt der abgang auch ein bisschen kürzer und das könnte man ihm negativ auslegen jetzt sage ich aber gut aber wenn ich halt einen alten pieted whisky haben möchte dann ist die rauchnote nummer geringer in der nase kriege ich jetzt noch zitronen sorbet mit vanille wieder die ganz leichten rauchnoten und dieser waldboden im hintergrund also mundgefühl superweich beim runterschlucken superweich alkohol hervorragend eingebunden dann kommt eine vanillenote dann kommt eine ganz leichte würznote ein bisschen was holziges aber wirklich nur dezent es kommt ein bisschen die teernote es kommt ein bisschen anis es kommt ein kaffee was mir im geschmack so ein bisschen fehlt in diese ätherischen öle die ich im aroma hatte die haben mir relativ gut gefallen auch dieses leicht medizinische das habe ich im geschmack leider auch nicht mehr dafür kommen im geschmack halt mehr diese typischen art back noten durch also ich habe auch ein bisschen karamell ich habe ein bisschen vanille ich habe diese art back süße durch ein bisschen honig durch den geringeren rauch wirkt der abgang kürzer man hat zwar noch so ein bisschen im mundraum vorhanden aber grundsätzlich ist der abgang bei dem whisky nicht so lang wie ich es von art back eigentlich gewohnt wäre grundsätzlich finde ich der ist wirklich lecker der gefällt mir richtig gut wenn das wird schon wenn nicht mehr ja also der art back ist lecker der ist wirklich gut die wirklich lecker. Ich finde ihn sehr gut. Geschmacklich, top. Würde ich sagen, in letzter Zeit einer der besten Artbacks, die ich bis jetzt probiert habe, also nicht Alltime, sondern so in den letzten weiß ich nicht, ein, zwei Jahren kam nicht mehr so viel dazu, wo ich sagen würde, boah, das waren jetzt absolute Brecher. So der VisaviQ, den fand ich mega, aber ansonsten viele der Komitee-Release waren so, naja. Und das ist mal wieder ein Artback, wo ich sage, boah, der ist echt gut, der ist wirklich lecker. Und mit dem kann man sich auch beschäftigen und, glaube ich, auch länger befassen. Also eigentlich hat der Whisky alles, was ich sagen würde, was ihn zu einem Top-Whisky macht. Aber der Preis. Der Preis stört mich massiv. Wie gesagt, wenn man ihn in Relation setzt, passt das. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das für Orthonormalverbraucher, und für Durchschnittsverdiener nicht bezahlbar ist. Und das ist was, was ich schade finde, weil wir reden hier von einem Schnaps, der jetzt nicht in so einer limitierten Auflage wie jetzt der ganz neue spacige, wovon es nur 500 Flaschen geben wird. Da kommt ja gerade auch noch eine Artback-Abfüllung, die 25.000 Euro oder so kosten soll. Ja, okay, damit kann ich dem Millionären das Geld aus der Tasche ziehen. Von mir aus. Aber sowas, finde ich, sollte halt für Leute sein, die das auch trinken wollen. Und nur weil es in Relation zu anderen Whiskys okay ist, heißt es nicht, dass ich grundsätzlich die Preise gut heiße. Und preisleistungstechnisch ist es einfach nichts. Für mich, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ist eigentlich die Schmerzgrenze 150 Euro, was ich privat bereit wäre, für eine Flasche Whisky zu bezahlen, wenn ich sie nicht irgendwie in einer Flaschenteilung oder in einem Tasting oder sonst was einbaue, sondern rein für mich privat, für meine private, für meinen privaten Genuss, wenn ich jetzt keinen YouTube-Kanal hätte, sondern einfach privat das als Hobby machen würde, dann würde ich mir eine Flasche, dann wäre wahrscheinlich für mich die Obergrenze 150 Euro. Gut, jetzt ist das ein Whisky, der limitiert ist, der eine richtig schöne Umverpackung hat und der eine deutlich hohe zweistellige Altersangabe hat, was auch immer seltener wird, dann würde ich sagen, okay, dann gehe ich vielleicht über diesen Preis auch mal hinaus. Oder ich sage, okay, ich würde mir Flaschen bis 150 Euro kaufen, wenn der Whisky jetzt 300 Euro kostet, dann ist das halt immer noch angemessen für das, was der Whisky zu bieten hat, aber immer noch außerhalb meines Budgets, das ist dann für die Besserverdiener oder für mal besondere Anlässe, für eine Hochzeit, für weiß ich nicht. Das heißt, bis 300 Euro, 350 Euro wäre ich okay damit. Alles da drüber, muss ich sagen, no way. Und ich bin dann zum Beispiel auch, ich würde sagen, lasst so einen Schnickschnack hier weg, das ist nur Blödsinn. Ja, die Kiste ist total schön und letztlich war es auch der Grund, warum ich den Whisky gekauft habe, von daher ist dieses Argument nicht ganz stichhaltig, aber lasst die Kiste weg. Die Kiste kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld, in Anführung, also ich vermute mal, sowas kostet ein Schweinegeld, wahrscheinlich sind es am Ende 10 Euro, die den Whisky ausmachen, aber, ja, weiß ich nicht. Also, was macht diesen Whisky so teuer? Naja, egal. Festhalten lässt sich, es ist ein endlich mal wieder wirklich guter, schöner, leckerer Artback. Positive Seite. Negative Seite, genau sowas hätte ich mir, vielleicht ohne Altersangabe, aber von der Qualität ähnlich, hätte ich mir in den letzten Kommentaren dieses gerne gewünscht, weil sowas gab es früher regelmäßig und heute ist es echt selten geworden. Ja, 750 Euro ist der Whisky nicht wert, also 750 Euro ist der UVP, wenn man jetzt beim größten deutschen Anbieter mit Clubrabatt arbeitet, dann kostet der Whisky schon nur noch 710 Euro oder sowas. Nichtsdestotrotz, das sind immer noch 50% zu viel, 100% zu viel, 300, 350 Euro, dann muss das aber auch gut sein. Aber für alle, die das Geld haben und die sich die Flasche leisten können, freut mich für euch. Ihr könnt euch auf einen tollen Whisky freuen, auf einen sehr leckeren Artback freuen, der auf jeden Fall auch spannend ist und eben nicht nur wie ein Core Range Produkt schmeckt, was wir ja bei einigen Korreleases zuletzt hatten, sondern er hat schon seine Besonderheiten, seine interessanten Punkte und auch von den Notes her so ein bisschen was, wo ich sagen würde, okay, das ist was Spezielleres und dafür will ich ja dann auch ein bisschen mehr ausgeben, aber eben mich nicht verschulden oder keine Monatsmiete drauf geben. Gut, mich würde sehr interessieren, ob das, was ist, was euch anspricht? Also jetzt lassen wir den Preis mal aus 8. Rein optisch, wäre das was, was euch anspricht? Rein von den Eckdaten, 23 Jahre Trinkstärke, Bourbon und Oloroso Casks, Artback, würde euch das ansprechen? Ist das ein Whisky, der euch interessieren würde, wenn er nicht so teuer wäre? Und was würdet ihr dafür bezahlen wollen? Und jetzt interessiert mich aber vor allem bei allen, die sich ein Sample besorgen oder eine Flasche kaufen oder wie auch immer man an diese Flasche drankommt, sie zu probieren, vielleicht beim Local Dealer hat er eine offene da stehen, man kann mal probieren, weiß ich nicht. Wie gefällt er euch? Wie schmeckt er euch? Was sagt ihr zu dem Whisky? Habt ihr eine ähnliche Meinung wie ich oder stehe ich so ein bisschen alleine damit meiner Meinung? Würde mich interessieren. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich mich über ein Like tierisch freuen. Ich würde mich über ein Abo tierisch freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am ersten Oktober Wochenende beim Kinderherzen Charity Event mitmacht und fleißig mitbietet, damit wir eine gute Spendensumme zusammen bekommen. Ansonsten schaut gerne mal in meine WhatsApp Community oder auch in die Kanalmitgliedschaften. Beides unterstützt mich und hilft mir und ansonsten bleibt mir nur zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.